Willkommen bei Render That. Wir visualisieren Produkte auf Grundlage des digitalen Zwillings. Der digitale Zwilling ist ein Spiegelbild Ihres Produktes in der digitalen Welt. Neben produktbezogener Daten dient der digitale Zwilling auch als Ausgangspunkt für spannende Visualisierungen. Denn ist das Produkt einmal digitalisiert, lassen sich Visualisierungen effizienter umsetzen. Zunächst muss Ihr Produkt digitalisiert werden. Das basiert beispielsweise auf Grundlage vorhandener 3D-Daten oder Bildern, kann aber auch anhand eines physischen Produktes in unserem Digital Lab gemacht werden. In Kürze bieten wir zudem eine Referenz-App an, sodass Sie auf Ihrem Schreibtisch in wenigen Minuten eine Datengrundlage für uns erstellen können. Im Anschluss erstellen wir den digitalen Zwilling. Dieser dient nun als Grundlage für spannende Visualisierungen. Das Besondere daran ist, dass diese Grundlage, der digitale Zwilling, einheitlich ist. Das heißt, wenn Sie Änderungen am Produkt umsetzen wollen, spiegeln Sie diese Änderungen auf alle Inhalte, indem Sie nur diese Basis verändern. Durch den digitalen Zwilling lässt sich die Content-Produktion skalieren. Nicht nur lässt sich der digitale Zwilling in vorhandene Systeme integrieren, um ihn herum lassen sich auch effiziente Workflows aufbauen und die Kosten reduzieren. Besuchen Sie uns auf www.renderthat.com und erfahren Sie mehr darüber. Wir freuen uns auf Ihre Ideen.